Der GT2000 von Essex ist einer der beliebsten Stabilschuhe auf dem Laufschuhmarkt. Die fünfte Version profitiert von den Neuerungen, die sich beim Gel Kayano durchgesetzt haben. Außerdem ist er noch etwas leichter geworden. Um den Schuh noch interessanter zu machen, wurde das atmungsaktive Obermaterial noch etwas weiterentwickelt und der Schuh ist nun anpassungsfähiger. Die elastischen Bänder im Mittelfußbereich umschließen deinen Fuß und geben dir so einen sicheren Halt. Auch beim Fünfer genießt du dank der Fluid Ride Zwischensohle mit seinen Gelelementen einen hohen Laufkomfort. Mit dem Stützelement auf der Innenseite kannst du deine Kilometer problemlos runterspulen, ohne dabei zu stark nach innen einzuknicken. Die neu platzierte Guidance Line macht den Schuh auf der Außenseite flexibler und auf der Innenseite stabiler. Egal ob du Neueinsteigerin oder ambitionierte Läuferin bist, der GT2000 von ASICS hilft dir beim Erreichen deiner Ziele. Du hältst ihn in verschiedenen Farben in deiner Runnerspoint Filiale oder direkt hier bei uns im Online-Shop unter runnerspoint.com